Hallo. Was ich immer schon sagen wollte. Ja, klar. Eine freundliche Werbung ist schon die halbe Miete. So ein nettes Gesicht und eine nette Stimme. Was haben Sie da gerade gesagt? Ich glaube, ich höre wohl nicht recht. Meine Ohren knicken gleich um, Mensch. Wenn man mich provokatiert. Züß und richtiger Schnute. Schnuten zieht, schnuten zieht. Was guckst du denn da so? Ich kann auch anders. Richtig gefährlich aussehen. So ein richtig gefährlicher Typ. Aber auch ein sehr sensibler Kerl sein kann. Mit so einem Dackelblick. Also ich kann ja ganz seriös aussehen. Aber auch in mir ist ein richtiger Typ. Ja, mein, was soll ich da sagen? Ich will nicht immer nur über Werbung reden. Und über Dokumentarfilme und diese ganzen Sachen. Ich will auch mal was Schönes machen. Zum Beispiel Vanillepudding an die Wand klatschen. Das macht mir Spaß. Ich bin Johannes Steck. Und der WWW. Johannes Steck. Äh, Minus Steck. TV. Können Sie sich noch mehr Sprachbeispiele anhören, ansehen? Können Sie mich da auch? Eheh, 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 Eheh.